Moin Leute, willkommen zurück beim Red Rage Gaming Crew Channel. Mein Name ist Dan und wenn ihr Bock auf Geschwindigkeit habt, dann seid ihr genau richtig. Heute testen wir mal eins der schnellsten Autos in Gran Turismo Sport. Und zwar den Dodge Tomahawk auf der neuen Strecke Special Stage Route X. Und ich glaube, das wird ziemlich geil. Ja, dann legen wir mal hier los. Natürlich fahre ich das Ding nicht standardmäßig. Wir basteln hier so ein bisschen am Getriebe rum. Das ist mir alles noch nicht schnell genug. Die Kiste kann ordentlich was. Paar tausend PS Leistung. Ja, und dann mal ordentlich Blei aufs Pedal, wa? Wie ihr schon sehen könnt, das Ding beschleunigt einfach saumäßig. Das ist unfassbar so. Ab 500 wird es dann mal ein bisschen langsamer. Obwohl, naja, nicht wirklich. Drehzahlbereich von 13.500 ist auch ein bisschen krank. Aber ja, wollen wir mal gucken, was die Kiste hier kann. In einer schnellen Runde. Von außen schickt das Ding. Ihr seht, Custom Lackierung. Folgt mir einfach bei Gran Turismo Sport. Dann könnt ihr euch die auch runterladen. Ja, jetzt hier schön hoch die Strecke. Und gleich auf der Rückseite gehen wir mal so richtig in Highspeed. Da ist Vollgas. Ich vermisse ein bisschen die Taste, um die Flügel komplett auf Nullstellung zu fahren. Das gab's bei Teil 6. Das haben die leider rausgenommen. Ähm, ich weiß nicht. Wollt ihr die auch wieder haben? Schreibt mir mal in die Kommentare unten. Wie ihr seht, 14.000 Umdrehungen. 603 kmh Spitze. Es geht wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. Ehrlich gesagt, müsste ich dann aber noch ein bisschen mehr mit dem Getriebe rumfummeln. Da hab ich auch nicht so Bock drauf. Habt ihr vielleicht eine coole Getriebeeinstellung? Falls einer von euch da draußen irgendeine Getriebeeinstellung hat, die das hier noch docken kann, packt mir die unten in die Kommentare. Beziehungsweise verlinkt mir mal irgendwie ein Video in die Kommentare, wo ihr die vorstellt. Ich schau mir das Ganze an und fahr gerne nochmal eine schnellere Runde für euch. Bisschen zittere ich jetzt hier irgendeine ganze Nummer in der Kurve. Aber lässt sich alles noch halbwegs handeln. Ah, kleiner Schnitzer. Kann mal sein. Und dann wieder raus auf die Gerade. Ist ja mal grundlegend, ist die Strecke jetzt hier auch nicht so aufregend. Wir haben lange Geraden und weite angewickelte Kurven. Wir haben eine ganz nette Landschaft im Hintergrund. Aber ehrlich gesagt, bei fast 600 Sachen, wer achtet da schon auf die Landschaft? Wer hat da Zeit für? Ich nicht unbedingt. Aber hier kommt jetzt gerade unser alter Freund Luftwiderstand irgendwie als Problem mit in die ganze Nummer. Weil wir nämlich sehen, dass Richtung 600 der Tomahawk da schon richtig Probleme hat, da noch weiter anzuschieben. Und wirklich die komplette Leistung noch, um nur diese letzten paar kmh irgendwie noch hochzukriegen. Aber hey, 5,99 auf der Gerade. Ohne Berg. Kann man mal machen. Ist nett. Ich sag mal, wenn man mit dem Ding jetzt zum Einkaufen klettern geht, dann natürlich auch ein bisschen flotter. Hier ist schön so ein Passapolitenschüssel, linker Hand, rechter Hand, sehen Sie sowas wie eine Staubauer. Naja, wir sind ja hier nicht bei der Stadtführung. Jetzt kommt die nächste Kurve. Zack, da ist sie schon. 10 km vorbei. Geht aber auch ein bisschen schneller in den Tempo. So. Dann machen wir jetzt hier schön die Biege. Und ab durch die Mitte. 3 Minuten 5 Sekunden. Das geht doch noch schneller. Das schaffen wir doch noch unter 2. Nein. Aber unter 3 könnte theoretisch drin sein. Mit der richtig korrekten Einstellung. Ich weiß nicht, ob die Einstellung hier passt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Und gebe einfach mal noch ein bisschen mehr Gas. Ja. Und nächste Woche. Ich glaube am 5. März kommt auch schon das neue Update für Gran Turismo Sport. Diesmal als auch mit Content. Nicht so wie letztes Mal dieses kleine Problemfix-Update. Es gibt glaube ich 5 neue Autos. Über eine neue Strecke ist leider noch nichts bekannt. Das wäre ganz cool, wenn die dazu noch was veröffentlichen würden. Ich würde auch wieder das Update Review und ich hätte da richtig Lust drauf. Schreibt mir doch einfach mal unter das Video, ob ihr auch Bock auf so ein Content Review vom Update habt. Dann würde ich euch den machen. Ich meine, wenn ihr jetzt sagt, ne geht gar nicht, lasst die scheiße sein, dann kann ich mir die Arbeit auch sparen. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, bin ich mir auch echt nicht zu schade, da einfach mal ein bisschen Energie zu investieren und die ganze Nummer fertig zu machen. So, jetzt nochmal hier die Kurve. Diesmal vernünftig ohne Fehler. Verdammt nochmal, das muss doch drin sein. Die Karre rappelt auch in der Kurve. Ich habe immer das Gefühl, die fällt gleich auseinander und die Bleche fliegen mir um die Ohren. Fühlt man sich irgendwie in so einem alten, zusammengenieteten russischen Kampfjet. Schein aber zu halten. Ja, so, da sind wir jetzt hier schon mal eine wesentlich bessere Zeit. Wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Fühlt sich auch gerade so an, als würde ich das Gaspedal durchs Bodenblech durchtreten. Können dann vielleicht ein bisschen zubig im Innenraum werden. Also, da muss ich noch ein bisschen was optimieren. 599 stört mich prinzipiell sehr. Der eine kmh mehr dürfte schon gerne sein. Aber hier, wir sind nochmal ein ganzes Stück schneller. Ich glaube, unter drei Minuten wird schwer. Das wird echt knapp. Ich weiß nicht, ob man das schaffen. Jetzt nochmal hier durch den Tunnel durchballern. Ich glaube, unter drei Minuten ist mit der Einstellung mega schwierig. Und ich fahre schon die super weichen Rennreifen, damit das hier alles wirklich auf Speed optimiert ist. An der Aerodynamik kann man, glaube ich, nicht so viel schrauben. Vielleicht noch ein bisschen was am Fahrwerk ändern. Aber wir sind definitiv schneller im zweiten Durchlauf. Was aber auch dadurch kommt, dass wir natürlich an der Ziellinie keinen stehenden Start hatten, sondern einfach einen fliegenden Start. Boah, wird das knapp. Komm, bleib ruhig jetzt hier. Mach keinen Scheiß. Auch hier eine gerade Linie zu halten, wo die Geschwindigkeit stabil und konstant bleibt, ist hier echt nicht leicht. Ja, kacke. Drei Minuten haben wir natürlich jetzt versemmelt. Aber wir kommen auf drei Minuten vier. Wenigstens eine Verbesserung. Cool. Naja. War ein ganz schön aufregender Ritt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Danke fürs Zuschauen. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir einmal ein Abo hier unten. Und guckt euch mal auf der rechten Seite die anderen Videos an. Und dann kann ich nur sagen, danke und bis denn, euer Dan.